Das Kernthema der SPD ist Gerechtigkeit. Und Geschlechtergerechtigkeit ist meins. Wir wissen seit langem, dass einer der gefährlichsten Orte auf der Welt für eine Frau ihr eigenes Zuhause ist. Aber Frauenhäuser sind immer noch nicht sicher finanziert und die meisten sind nicht barrierefrei. Inzwischen ist die Pille danach rezeptfrei erhältlich. Aber Christina Hänel und ihre KollegInnen können noch immer von selbsternannten LebensschützerInnen angezeigt werden, wenn sie ungewollt Schwangere medizinisch beraten. Und Schwangerschaftsabbrüche stehen immer noch im Strafgesetzbuch. Menschen wissen sehr genau, wer sie selbst sind. Sie brauchen ein Recht auf Selbstbestimmung und kein bevormundendes und schikanierendes Gesetz wie das transsexuellen Gesetz. Also, noch heftig viel zu tun. Ich will mit anpacken. Mein Name ist Christiane Buhl und ich freue mich über Ihre und Eure Stimme. Für mich und für die SPD. Ciao, Move It to Our Out! Für mich und für das Buch Führen imanal maneiraSi kho土-Never. Dani Gitarren, für dieancingse. outing. Auch, für die Security. Auch bei Spremmen.